Nein, übertrieben habe ich nicht. Gebt das Hand ein Vorbeug. Jawohl, liebe Leute, servus und meddelt meine lieben Freunde und Verwandtern. Hier ist er wieder, der Taliban, der Tagespresse, die Geißel der woken Menschheit, der Atze. Servus und herzlich willkommen. Mann, ey, diese DR-Tische, die halten was aus. Da sind wir wieder beim Narrativschlaf und wir fangen am besten auch gleich an, denn Zeit ist Geld heutzutage und wir müssen alle bald besoffen unter dem Weihnachtsbaum liegen und ja, so weiter. Ja, ich komme zur Sache. Also Weihnachten, es lohnt sich mehr denn je über ein wirklich festtagliches Thema zu reden. Das ist der garantierte alljährliche Familienstreit am Essenstisch. Und, naja, wo wir gerade dabei sind, das dachte sich auch Christian Stöcker. Tja, eine weitere mutmaßlich überbezahlte Edelfeder aus dem Hause Spiegel Hamburg, der mit Freuden die Welt mit seinen vermeintlich alternativlosen Ansichten versorgt. In seinem Fall bekommen die Kolumnen ja auch noch so einen wunderbar akademischen Touch, denn der Herr ist ja Professor und nichts ist schlimmer als ein Gelehrter, der meint, immer Recht haben zu müssen. Dann könnte sozusagen von einer Art Berufskrankheit sprechen. So, da schreibt der Herr, also von Hause aus Kognitionspsychologe, ist ja dann quasi ein ausgemachter Experte für Klimafragen. In folgenden Artikel, weihnachtlicher Handapparat für Klimadebatten. Ja, so heißt es dann bei ihm, Handapparat. Ah, so ein wunderschön universitärer Begriff. Kenne ich auch noch aus meiner Jugendzeit. Da schlägt der deutsche Azebrient quasi den Spiegel auf, liest Handapparat und fühlt sich auch schon gleich intellektuell, ganz überlegen dem ungewaschenen Pöbel. Ja, aber was sagt denn der liebe Herr Stöcker? Gehen wir mal in Medias Res. Ich habe den Verdacht, dass eines der beliebtesten Diskussionsthemen in diesem Jahr die Klimakrise sein wird. Und sei es, weil sich der verbitterte Kollege oder grantiger Onkel über Sekundenkleberstaus und Dosen-Suppe aufregt. Schöne Eröffnung. Wie nicht anders zu erwarten, Klimaleugner sind entweder verbittert oder natürlich impliziert jetzt ältere Herren, die sich über Dosen-Suppe aufregen. Natürlich ein sehr billiger Kniff hier, denn natürlich ist das Problem nicht die Dosen-Suppe. Es sind die Attacken auf die Kunstwerke, die den grantigen Onkel, um das mal zu zitieren, auf die Palme bringen. Aber das macht er übrigens öfter nämlich vom aktuellen, vom eigentlichen Problem ablenken. Und es lohnt sich in diesem Fall schnell auf das eigentliche Thema umzuschwenken. Die größte Krise, die die Menschheit je erlebt hat mit erleichternden Fakten. Ja, 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 die Facts. Follow the science, sage ich da nur. In Gesprächen darüber hört man immer wieder dieselben fünf Pseudo-Argumente. Alle sind leicht zu widerlegen. Na, dann wollen wir doch auch mal loslegen. Ich werde jetzt auch mal versuchen, mich an den Denkhorizont von Herrn Stöcker anzupassen. Obwohl wir ja wissen, CO2 und Klimakrise. Ja, egal. Es geht los. Erstens, Deutschland trägt doch nur zwei Prozent aller Emissionen bei. Wir können ja sowieso nichts ändern. Das ist gleich doppelt falsch. Zum einen ignoriert die Zahl zwei Prozent die Emissionen, die wir durch unseren Konsum von anderswo hergestellten Waren verursachen. Haken wir doch da gleich mal eins. Das ist ein sehr interessantes Argument. Also die Waren, die hier produziert werden und anderswo verbraucht werden und auch die Waren, die anderswo produziert werden und hier verbraucht werden, zählen beide unsere CO2-Bilanz rein. Seht ihr, da geht es doch schon los. Das würde ich jetzt mal als methodisch höchst fragwürdig bezeichnen, was der Professor da abliefert. Denn wenn man schon so rechnet, dann möchte ich doch auch, dass alle Waren aus unserer CO2-Bilanz abgezogen werden, die Deutschland verlassen. Wir waren mal Exportweltmeister oder so. Die werden ja auch nicht hier konsumiert. Und das ist nicht wenig. Die Exportquote, sprich das Verhältnis der Exporte zum Bruttoinlandsprodukt, beträgt 46 Prozent. Die kannst du dann erstmal schön aus der CO2-Bilanz rausrechnen. Ihr seht, man muss schon tierisch aufpassen, denn diese Katastrophenapostel rechnen sich alles zurecht, wie sie es brauchen. Das Beste kommt aber jetzt. Bei den historisch kumulierten Emissionen durch fossile Brennstoffe liegt Deutschland weltweit auf dem vierten Platz. Wir verdanken unserem Wohlstand, dem vielen CO2, das hier in den vergangenen Jahrzehnten emittiert wurde. Dazu produziert der Herr dann noch eine Tabelle des kumulierten CO2-Ausstoßes. Und es zeigt aber auch schon genau, also die Stoßrichtung, die Stöcke unbedingt vermeiden möchte. Nämlich, dass wir Deutsche mit unseren mageren 2 Prozent oder sei es jetzt auch der vierte Platz, ist doch auch scheißegal. Wir können uns zu Tode Energie wenden, wenn die großen Volkswirtschaften, ohne jetzt auch irgendwen anzusprechen, weiterhin ungebremst ihren Ausstoß weiterfahren. Aber genau das soll ja bitte nicht erwähnt werden, denn 2 Prozent CO2 bleiben 2 Prozent CO2. Stattdessen kommt er mit einer ganz tollen Erfolgsstory. Deutsche Regulierung, wie er es nennt, hat dazu geführt, dass Solarstrom weltweit super billig geworden ist. Die Solarsubventionen zu Beginn der sogenannten bis heute so oft gescholtenen Energiewende waren global ausschlaggebend. Um den britischen Economist zu zitieren, die Lunte war angezündet, die Rakete hob ab. Bis 2012 hatte Deutschland mehr als 200 Milliarden an Subventionen ausgezahlt, aber es hatte die Welt auch verändert. Ja, also klar, wenn man 200 Milliarden irgendwo reinbuttert, dann sinken die Preise irgendwann zwangsläufig. Und wenn dann alle anderen Produktionsarten mit CO2-Zertifikaten vollgeknallt werden, dann kann man stolz sagen, das ist die günstigste Art, Strom herzustellen. Aber mal was anderes, was Herr Stöcker natürlich völlig unterschlägt, die Produktion der Photovoltaikanlagen ist schon seit Jahren hauptsächlich in China beheimatet. Und wie der Forscher Ferruccio Ferroni herausgearbeitet hat, der Anteil von Kohlestrom am chinesischen Strommix beträgt etwa zwei Drittel. Man kann also abschätzen, dass China für die Produktion von einem Quadratmeter Solarpaneele 250 Kilogramm Kohle einsetzt. Ohne die vielen Kohlekraftwerke wäre die chinesische Photovoltaikproduktion undenkbar. Ja, und über jetzt den ganzen Aufbau, elektronische Begleitgeräte, Infrastrukturaufbau zum Netz und die Entsorgung ist da noch gar nicht gesprochen. All das kommt noch drauf und verbraucht auch CO2. Aber das ist genau die Art von Kurzsichtigkeit, für die die Klimamenschen, so will ich sie mal nennen, die Wolkenhagger bekannt sind. Sie bauen in ihrem Wolkenkuckucksheim subventionierte Solarpaneele aufs Dach, die dann in China mit Kohlestrom hergestellt werden. Ja, so ist es, meine lieben Damen und Herren. Gut, gehen wir aber dann mal zum nächsten Punkt. Und da muss man auch schon feststellen, dass Herrn Stöcker eigentlich die erleichternden Fakten ausgeben, beziehungsweise nachdem er gekonnt Kernargumente umschifft hat, muss er sich jetzt quasi Strohmänner aufbauen, gegen die er dann ankämpft. Ganz tapfer. So sagt er dann bei zweitens. Das wahre Problem ist Überbevölkerung und Bevölkerungswachstum in Afrika und Asien. 81 Prozent allen CO2, das derzeit in die Atmosphäre emittiert wird, stammt aus den G20-Staaten, also den reichsten Ländern der Erde. In diesen G20-Staaten leben derzeit 4,9 Milliarden Menschen. Das sind etwa 62 Prozent der Weltbevölkerung. Das heißt, die restlichen 38 Prozent der Weltbevölkerung emittieren zusammen nur 19 Prozent allen Kohlendioxid. Und das ist jetzt irgendwie ein ziemlich seltsames Argument, das man ja auch erst mal verstehen muss. Also seine These ist, G20 reich und umweltverschmutzen, Afrika und Asien, so ja dieser Zwischentitel, arm und deshalb nicht umweltverschmutzend. Ja, so ungefähr soll das also dann sein. Und das ist auch reichlich schräg. Denn in den G20 sind zum Beispiel auch Südafrika, China, natürlich Südkorea, Indonesien, Indien, gut, alles Asien, Afrika, Indien, jetzt kann man darüber streiten, für Professor Ströcker, Ströcker existieren, aber scheinbar nur Sub-Sahara-Regionen, die weniger als ein Prozent CO2 produzieren, obwohl da 15 Prozent der Weltbevölkerung leben. Ja, 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 ja. Außerdem, und das ist auch noch ein anderer Punkt, der auch völlig irrelevant ist, gäbe es gar kein Bevölkerungswachstum mehr. Und das zeigt uns diese wunderschöne Grafik, wo Indien und China, sieht man, die schrumpfen da so in mittlerer Zukunft, alles schön und gut. Aber hier kommt der Kicker, ja. Es geht nicht um die Bevölkerung. Es geht, ganz einfach gesprochen, um den Energiehunger der Welt und auch der Regionen, die Ströcker da fälschlicherweise als arm verordnet. Die Fokussierung auf Afrika und Asien ist also eigentlich nebensächlich und stammt, keine Ahnung, aus seiner eigenen Mottenkiste angeblicher Klima-Nazi-Argumente. Ja, und auch hier drückt er sich wieder um das Hauptproblem rum. China ist mit 30 Prozent Anteil am CO2-Ausstoß ganz weit vorne und will die Emissionen ja auch noch weiter steigern bis 2030. Da können wir als Deutsche, ich weiß, ich wiederhole mich, aber zu einer Debatte gehört halt auch einfach mal, dass man bereits gesagt ist, dann nochmal wiederholt. Wir Deutsche können da wirklich machen, was wir wollen. Und das ist auch eine schöne Überleitung zu Argument Nummer 3. Es ist zu spät, den Klimawandel zu stoppen, wir können uns nur noch anpassen. Worauf er schreibt, die These, dass man sich an eine ungebremste Erderhitzung anpassen könnte, ist absurd. So absurd wie die Behauptung ist, mache nichts, wenn das Fieber weiter steige. Der Patient müsste sich nur an die höhere Körpertemperatur anpassen. Würde es zu heiß, käme es zu so vielen Katastrophen auf einmal, dass die Zivilisation das nicht überleben würde. Das ist derzeit durchaus weiterhin im Bereich des Möglichen. Also, erstmal, biologistische Vergleiche mit menschlichen Körpern, das sind doch einfach schwachsinnig. Das sollte man lassen, denn komplexe Systeme bekommen einfach kein Fieber, das ist Quark. Und zum anderen ist die These von ungebremster Erderhitzung reißerisch und resultiert zum großen Teil auch aus der falsch verstandenen Berichterstattung über den IPCC-Report. Wie hier zum Beispiel, bereit machen für das Klima-Engspiel. Oder hier die Zeit, die Sündflucht. Das ist Alarmismus und Panikmache. Und hier hat das Fritz Fahrenholt schöner zusammengefasst, als ich das je könnte. In der Berichterstattung über den Bericht des Weltklimarates ist das die zentrale Botschaft. Sie haben in der Tagesschau, kann ich Ihnen nachweisen, genau dieses Szenario. Es kann drei bis vier Grad wärmer werden. Das haben die sich rausgepickt. Übrigens auch die FATS, Müller-Jung, hat gesagt, Headline, es kann drei bis vier Grad wärmer werden. Und die fußen auf dem irrealsten Szenario. Warum ist das irreal? Schauen Sie, ich habe mir das mal ausgerechnet, wie die Emission zurückgerechnet in Kohle aussieht. Es sind immerhin 6100 Gigatonnen CO2, die Sie dann emittieren würden. Es gibt aber nur bekannte Reserven von 4300 Gigatonnen heute. Das heißt, Sie haben sozusagen mehr in Ihren Modellen mehr CO2 emittiert, als überhaupt heute an Reserven bekannt ist. Ist das verantwortbar? Kann man so rumgehen? Ja, man kann so. Man kann so den Leuten Angst anjagen. Man kann sozusagen die Politik in einen politischen Angstzustand treiben. Ja, Angst und Panikmache. Hier ist außerdem noch eine Tabelle des IPCC. Konzentriert euch mal auf diese Stelle hier. Das ist das derzeit wahrscheinlichste Ergebnis. Und das wird eine Erwärmung sein, irgendwo zwischen 1,6 und 2,4 Grad. Bummelig so. Und zwar für den Zeitraum bis 2080 bzw. 2100. Und alles andere ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dabei sind es, wie gesagt, auch nur mathematische Berechnungen. Erinnert ihr euch noch an Al Gore? 2008 prophezeite er, dass die Arktis abgeschmolzen sein wird. Und zwar bis 2014. Und das sind die Figuren, die sind fresh. Ich weiß nicht, wenn sie wurden, aber ich habe sie von Dr. Waszlowski von Dr. Maszlowski von der Naval Postgraduate School. Und das ist die Volumetrik-Rekord von den ICE. Und diese Modeln sagen zu Dr. Maszlowski dass der 75% chance dass der entire North Polar ice cap during summer, during some of the summer months could be completely ice-free within the next 5-7 years. Bob used a figure of 2030. And the volumetrik analysis leads Dr. Maszlowski to make that projection. We will find out. Ja, nach damals neuesten mathematischen Berechnungen. Oder erinnert ihr euch auch noch daran, wie uns immer erzählt wurde, dass die Inseln untergehen im Pazifik. Das sagt man heutzutage nicht mehr so prominent. Aber es ist auch nie passiert, sondern die sind sogar gewachsen. Die sind größer geworden, trotz Risiko einer Klimaerwärmung. Oder erinnert ihr euch noch an die Geschichte der Eisbären, die wegen des Abschmelzens der Polkappen eingehen. Alles Quatsch. The State of the Polar Bear Report, das ist ein fantastischer Name, 2019 sagt, den Eisbären geht es prächtig. entgegen den Erwartungen fror das Meereis in der westlichen Hudson Bay im Jahr 2019 so früh im Herbst zu, wie in den 80er Jahren. Das dritte Mal, das dritte Jahr in Folge. Und auch der Meereisaufbruch im Frühjahr verlief wie in den 1980er Jahren, sodass sich die Eisbären an Land in einem hervorragenden Zustand befanden. Und das habe ich mir jetzt nicht einfach so rausgepickt, das ist stellvertretend für diesen ganzen Bericht. Also, es geht doch. Also nach El Gore dürfte es weder die Arktis noch die Eisbären geben. Wir sollten, das lasse ich jetzt mal so stehen hier, die Katastrophenhascherei einfach sein lassen, Herr Stöcker. Sonst kommt man in den Verdacht, einer Endzeit-Sekte anzugehören. Und wir müssen mit dieser Klimaveränderung leben lernen, ohne dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. So, und dann kommen wir zu Argument Nummer 4, was er sich auch wieder irgendwie irgendwo herausgezogen hat. Irgendwann holen wir das CO2 dann einfach wieder aus der Atmosphäre heraus. Nein, also kein verbitterter Arbeitskollege und auch kein grantiger Querdenker-Onkel hat jemals gesagt, das CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszuholen. Kein Klimanazi, den ich kenne, ich kenne einige, sagt sowas. Die machen sich einfach keine Gedanken um das CO2, denn es tut nichts, quasi, um mal in Herrn Stöckers Denkmuster zu bleiben. Ich habe auch keine Ahnung, was mit dem CO2 in der Atmosphäre passieren soll. Ja, aber das geht für Herrn Stöcker natürlich nicht, denn er will ja alle CO2-Emissionen abstellen. Und da habe ich jetzt einfach mal nur einige Fragen, ein paar kleine Fragen. Seit den 60er Jahren steigt ja der CO2-Anteil in der Atmosphäre kontinuierlich an, wahrscheinlich auch schon früher. Seit aber ungefähr zehn Jahren stoßen wir nicht mehr CO2 aus. Das kann man auch schön sehen, ja. Warum steigt also das CO2 dann immer noch in dem gleichen Maße, wie wir es hier sehen. Also quasi unbeeinflusst von unserem menschlichen Anteil, der sowieso gering ist im Vergleich zum natürlichen Anteil. Da scheint es doch erst mal so, nach erstem Augenschein, keine Korrelation zu geben zwischen natürlichem CO2-Gehalt und menschengemachtem Anteil. Und wenn der nicht da ist, warum investieren wir dann so viel, um den Klimawandel aufzuhalten? Und da sind wir auch schon bei Stöckers nächstem Argument. Klimaschutz ist zu teuer. Richtig sei das genaue Gegenteil. Das Energiesystem, Wohnmobilität so umzustellen, dass wir tatsächlich CO2-neutral sind oder werden, erfordert Anfangsinvestitionen. Diese Investitionen müssen sich aber sehr schnell, machen sich aber sehr schnell bezahlt, denn Sonne und Wind stellen keine Rechnungen. Ja, aber die Chinesen, egal. Aber jetzt habe ich eigentlich die Pointe schon mal vorweggenommen. Ich will aber trotzdem noch mal ein bisschen drauf rumreiten. Seit 1990 gibt es ja diese Klimakonferenzen und seitdem wurde Geld ausgegeben, viel Geld, um das Klima zu retten. Also hier deutsche Subventionen für Solarpaneele haben wir schon gehört und ja, was auch immer Klimaretten heißen soll. Nach einer Bloomberg-Studie wurde in 2021 755 Milliarden Dollar in die globale Energiewende investiert. Ich habe auch nicht mehr weiter geguckt, weil ich ehrlich gesagt zu faul war, aber insgesamt müssten es dann ja wirklich schon Trillionen sein. Und trotzdem hat sich ja der CO2-Zeiger, wie wir eben festgestellt haben, nicht einen Mühe bewegt. Ja, obwohl wir schon stagnieren mit dem CO2-Ausstoß. Dann muss doch irgendwo mal einen Ausschlag haben. Da würde man doch nochmal Fragen stellen dürfen. Und ich meine, ich gucke mir ja nur ein paar Zahlen an, bin wie Herr Stöcker, ja quasi auch Laie und da sind wir quasi auf einem gleichen Spielfeld und ich schmeiße halt nur Zahlen in den Raum. Und kleiner Scherz am Rande, Klimaschutz scheint nicht nur teuer, im Gegenteil, er scheint völlig umsonst zu sein. Ja, Spaß ist aber auch mal erlaubt. Natürlich ist Umweltschutz wichtig und es darf ja auch sein und natürlich wollen wir unsere Umwelt schützen, aber er muss natürlich auch ab einem gewissen Punkt auf seine Sinnhaftigkeit hinterfragt werden, insbesondere dann, wenn es um so gewaltige Ausgaben geht. Spannend auf jeden Fall würde ich sagen, der Austausch mit Herrn Stöcker. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen. Nicht alles, was ein Professor von sich gibt, ist Gold und auch nicht, wenn es in der Zeitung steht. Und wer weiß, vielleicht habt ihr ja am Weihnachtstisch eine hysterische Teenie-Enkelin, die damit droht, sich an der Weihnachtsgans festzukleben oder ein arrogantes Studentensöhnchen, der auch nur den Spiegel liest, dann habt ihr hier einen kleinen Handapparat mit nervigen Fakten und Fragen. Ja, und damit entlasse ich euch auch erstmal in die Weihnachtszeit. Geht hin in Frieden und quält die missratene Sittschaft. Jesus hätte es auch so gemacht. Arthur ist raus! Geht hin in Frieden mit dem Geht hin in Frieden Geht hin in Frieden